Philipp Pavlovich und Yassin Zielinger nehmen einen Podcast auf. Dieses Duo soll für viel Unterhaltung sorgen. Philipp Pavlovich, 28, wurde 2018 als Teilnehmer bei der Bachelorette bekannt. Anschließend ging es im Januar 2022. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte nicht allzu überraschend sein, schließlich sind Philipp und Yassin eng befreundet. Letzterer erwartet derzeit seinen zweiten Nachwuchs, kein geringerer als der Hottie war bis zur Gender-Reveal-Party der einzige, der das Geschlecht des Babys wusste.